Teilnehmen an einem christlichen Forum, ja oder nein? Die Frage habe ich mir auch gestellt. In 2070 war ich damit beauftragt, die Delegation der Schweizer Bischofskonferenz für das erste französischsprachige Global Christian Forum zusammenzustellen, das in Oktober 2018 in Lyon geplant wurde. Als römisch-katholische Christin war ich Teil der Delegation und nahm ohne große Erwartungen am Forum teil. Das Format Forum sagte mir eigentlich kaum etwas, aber ich treffe mich gerne mit neuen Leuten und ich entdecke auch gern den Horizont neuer Leute. Also nahm ich am Forum in Lyon teil, ohne große Erwartungen. Im schlimmsten Fall würde es drei entspannte Tage in Frankreich werden. Ich kehrte begeistert aus Lyon zurück, so begeistert, dass ich das erste Global Christian Forum in der Westschweiz 2021 mitorganisiert habe und jetzt bin ich an der Organisation des Global Christian Forum in Bettingen nächstes Jahr mitbeteiligt. Die Teilnahme an einem Forum ist eine begeisternde Erfahrung. Damals bin ich ins kalte Wasser gesprungen und die Strömung des Forums hat mich dorthin gebracht, wo der Geist es wollte. Begeisternd, im wahrsten Sinne des Wortes, vom Geist Gottes angetrieben. Begeisternd, im wahrsten Sinne des Wortes, vom Geist Gottes angetrieben. Begeisternd, im wahrsten Sinne des Wortes, vom Geist Gottes angetrieben. Begeisternd, im wahrsten Sinne des Wortes, vom Geist Gottes angetrieben. Begeisternd, im wahrsten Sinne des Wortes, vom Geist Gottes angetrieben.